Willkommen in meinen täglichen Glücksenergie am 7. August 2017. Wie beeinflusst Fortuna unseren Tag heute und wer hat dieses große Glück, was wir auch bewusst wahrnehmen dürfen? Das sind gerade die Wassermanngeborenen, besonders die Wassermanngeborenen, die am 3. und 4. Februar Geburtstag haben. Da wirkt diese Energie ganz intensiv. Welchen Lebensbereichen haben wir Glück? Das ist die Liebe-Partnerschaft. Und wo sollen wir achten? Wie kommt dieses Glück und wo finden wir diese Liebe? Als erstes sollen wir nicht unsicher sein und wir sollen die inneren Ruhe bewahren. Denn all das, was uns von Vergangenheit belastet, die Gefühle, Gedanken, diese Erlebnisse von Vergangenheit, die alten Enttäuschungen, sollen wir loslassen. Und Briefe, Bilder von Vergangenheit, sollen wir entfernen von unserem Leben. Dann, was wir vorhaben und erzählen, was für Glück uns erwartet, das sollen wir eher schweigen. Und ist auch wichtig, von Alltag, von Arbeit raus und etwas unternehmen. Und wo sollen wir uns bewegen? Wo erwartet uns die Liebe, dieses großes Glück? Das ist Wasser. Das kann ein See sein, ein Fluss. Aber wir können die große Liebe auch im Hallenbad oder im Freibad begegnen. Und das war mein heutiger Glücksenergie, speziell für Wassermanngeborene oder die, wo Wassermann-Ascendent haben. Und ich bedanke mich für das Zuschauen, eure Dendera Susanna Medici. Und ich bedanke mich für das Zuschauen.